Was soll das? Was soll das? Alles viel besser gemacht als beim ersten Teil, dass man nicht sofort das komplette Tutorial machen muss, sondern im Spiel noch die Tutorials hat. Könnte zwar genauso nervig sein, aber... Ähm... Ich komme dann nicht weiter, oder wie? Okay, da komme ich nicht weiter. Wie muss ich denn dann laufen? Achso, okay, okay. Ich muss jetzt einfach, ähm... schauen... Autsch. Das war nicht ganz so elegant, wie ich es geplant hatte. Okay. Dann laufen wir mal hier entlang, auf der Straße. Das ist eine Wache. Dann gehe ich hier wieder hoch. Die ganze Stadt erfehl. Nervig wäre es die friseren Welt. Versieren die beiden Männer als bei ihm. So. Nun sind wir jetzt ganz nah bei Leonardo da Vinci. Und dann bin ich mal gespannt, was er mit unseren Klingen anstellen kann. Ach Mist. Ähm... Ach, hier. Oh, beeindruckend. Wenn man da... Oh, Ezio Auditore. Ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Nach allem, was passiert ist. Äh... Aber meine Manieren. Sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich. Komm, hier entlang. Ach, que pasticcio. Tutto santo giordo che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut. Lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment. Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, äh... Schi, schi. Ja, das könnte eine Weile dauern. Was? Es ist fertig. Was ist fertig? Die Klinge. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Was? Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Oh nein. Gut. Fuck. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Verdammt. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Ähm. Unglaublich. Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider. Nur diese eine. Hör zu. Wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte, bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Im Namen der Florentinischen Wache. Öffnet diese Tür. Äh, ein Moment. Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Si. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Natürlich. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerwürt. Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht verdammt. Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Äh. Au, verdammt. Reidest du jetzt? Was ist nun? War das genug? Das können wir natürlich nicht, äh, auf uns sitzen lassen. Sag mir, was ich wissen will und wir können das gleich... Ja, gute Nacht. Schlaf gut. Grazie, Ezio. Es tut mir so leid. Äh, ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Was? Anderen? Die Stadt gibt sie mir. Zur Forschung. Äh. Was? Wie? Ich, äh, mit was habe ich mich da eingelassen? Und, äh, verdammt. Leichen? Äh, hä? Was machst du da für Experimente? Ach ja. Ja. Wie ein kleines Baby. Na, als wäre gar nichts passiert. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran. Findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Ah, das werde ich tun, mein Freund. Oh, wir haben 200 Geld bekommen. Ach, sehr schön. Das freut mich. So, jetzt schaue ich mal auf die Karte. Und da ist ein Aussichtsturm ganz in der Nähe, den ich gerne hätte. Wir haben ja jetzt endlich wieder Waffen, aber eben nur eine. Ich gehe mal zu dem Schmied. Vielleicht hat er ein Schwert für mich. Wenn ihr euren Augen nicht trauen werdet. Schaut nur her. Ich... Nja. Nja. Okay, er könnte uns eine Rüstung, Schulderteile geben, aber dafür haben wir nicht genug Geld. Dann ein anderes Mal. Okay, schade. Dann müssen wir wohl doch nur mit den versteckten Klingen kämpfen. Das sollte aber auch kein Problem sein. Denn diese Klingen sind, glaube ich, in dem Teil nicht nur für Attentate gedacht, sondern eben auch zum Kämpfen. Werden wir aber noch herausfinden, würde ich mal sagen. Ich kletter hier jetzt erstmal hoch, weil der so schön in der Nähe ist und ich die Aussichtspunkte sehr gerne mag. Ja. So. Darauf. Ach ja. Republik Florenz. Sehr schöne Stadt. Sehr schöne Stadt. Ja. So. Und jetzt haben wir... Was haben wir jetzt freigeschalten? Was ist das hier? Schnellreisestation. Aha. Okay. Wir haben jetzt eine Schnellreisestation. Ich würde sagen, ich kletter jetzt auf diesen Aussichtspunkt, wenn ich mal da hinkomme. Okay. Da ist eine Feder, glaube ich. Ja. Das war eine Feder. Können wir einen Gebrauch. So. Und wenn ich jetzt dann auf der... Verdammt. Ja, ich habe niedrige Gesundheit. Wenn ich oben bin, heile ich mich mal. Da komme ich nicht weiter. Gut, heilen wir uns erstmal. Der große Schneider kann das zum Ziel des Leid aller eurer Mitbürger machen. Er kommt in Seigeschäden. So. Dann gehen wir hier. Ah. Hier geht es dann ein bisschen weiter rum. Okay. Und den tun wir jetzt mal atatieren. Atatieren. Das ist jetzt ein... Ja gut. Dann eben so. Okay, ich kann wohl doch nicht mit dem Kling kämpfen. Das ist jetzt aber blöd. Sehr blöd sogar. Es geht auch hoch. Ähm. Das macht das Spiel ein wenig schwieriger. Sollte aber dennoch zu schaffen sein. Wir wollen ja jetzt erstmal auf den Aussichtsturm. Ähm. Ne. Wobei, ich gehe doch lieber die Mission nach. Oh. Da. 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 Und bitte schnell hier hoch. Denn sonst entdecken sie die Leiche noch. Ich muss glaube ich noch die Leichen verstecken lernen. Nicht hinschicken. Geh weiter. Oh. Ein Omega-Zeichen. Das bedeutet wohl, dass Omega irgendwas mit... Gut. Wenn wir jetzt schon bei dem Turm sind, dann gehe ich doch erst den Turm hoch. Ähm. So. Da kommen wir noch nicht hoch. Können wir da hoch? Ja. Da kommen wir hoch. Wie bei jedem Teil ist irgendwo ein Aufstieg. Ähm. Da. Die Aussichtstürme können sich wirklich lohnen. Denn so kriegt man neue Missionen und neue Schmieden und was weiß ich alles. So. Und jetzt muss ich irgendwie runterkommen, ohne mich zu verletzen. Hat funktioniert. Denn wenn ich mich jetzt da in den Heuhaufen reingefallen haben hätte... Äh. Gut. Das war unelegant, aber hat funktioniert. So. Jetzt gucken, was da passiert ist. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Ich gab euch die Fertigkeit. Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Na, solange sie nicht für euch arbeiten müssen, ist ja alles in Ordnung. Gut, akzeptieren wir natürlich. Ähm. Ja. Aber ich hätte trotzdem gern ein Schwert. Denn so ist das wirklich nicht sehr schön. Deswegen gehe ich jetzt nochmal zum Schmied, wenn ich da hinkomme. Und schaue, ob ich... Hoppla, das wollte ich nicht. Und schaue, ob ich da nicht irgendwie doch ein Schwert bekommen kann. Wäre ja irgendwie schade, wenn nicht... Mit viel Glück neue liefern. Ne, immer noch nicht. Nicht auf Lager. Mist. Dann vielleicht später. Ciao. Hm. Gut. Dann gehen wir noch zum Arzt und tun unsere Vorräte auffrischen, wenn ich nicht an den Wachen vorbei müsste. Oh, ich nutze nur feinste Wolle, Seide und Leben. So, jetzt gehen wir mal den da in Klang. Damit wir an den Wachen ungesehen vorbeikommen. Nur nicht aus der Mitte rauskommen. Fällt ja gar nicht auf, dass ein Weißer in der Mitte von diesen... Also, ein Weiß Gekleideter in der Mitte von diesen Schwarz Gekleideten. So. Danke für die Mitnahme. So. Nehmen wir natürlich alles wieder mit. Lohnt sich nämlich bei mir sehr, sehr... Also, wirklich sehr... Ich tat, was ich konnte. Aber vielleicht solltet ihr versuchen, euch einen anderen Beruf zu suchen. Ähm, nö. Nicht unbedingt. So, gehen wir mal hier hoch. Sack. So. Und dann hoch. Wunderbärchen. Da lang muss ich... Oh Gott, oh Gott. Das ist ziemlich weit weg. Ähm, da laufe ich jetzt noch hin. Und dann werde ich da hinten die Elffolge beenden. Ähm, könnte noch ein bisschen dauern. Ich muss jetzt irgendwas reden. Wenn ihr jetzt übrigens noch irgendwie Störgeräusche in der Aufnahme haben solltet, tut's mir leid. Ähm, das liegt dann irgendwie am Zimmer. Also, so in dem Hall oder sowas. Also, am Rauschen kann es nicht mehr liegen. Also, vorher habe ich ja einen ziemlichen Hall gehabt durch die Rauschentfernung. Und jetzt sollte das eigentlich viel besser sein. Allerdings halt mein Raum an sich sehr. Und dementsprechend könnte noch ein bisschen Hall mit drin sein in der Aufnahme. Aber ein bisschen stört ja auch nicht so sehr. Denn das macht das Ganze etwas, ähm... Ja, wie soll ich sagen, etwas räumlicher. Ähm, räumlicher. Ah. Ähm, gut, dann machen wir das dann doch noch. Das schon wieder? Ihr habt eure Grenzen überschritten, Uberto. Wie könnt ihr von Grenzen sprechen? Ihr, der ihr euch selbst zu Lorenzo de' Medici, Prinz von Florenz, ernannt habt. Das habe ich nicht getan. Natürlich nicht. Immer ohne Schuld. Wie praktisch. Wenigstens sehen wir, wie weit eure Macht reicht. Offensichtlich gar nicht so weit. Eine wertvolle Lehre für mich und meine Verbündeten. Ja. Eure Verbündeten, die Pazzi. Dreht es sich darum? Achtet auf eure Worte, Lorenzo. Ihr könntet die falsche Aufmerksamkeit erregen. Was? Okay, ähm, wir sollen jetzt dem unbemerkt folgen. Ähm, was sich wohl als fast unmöglich für mich entpuppen sollte, das ist ein Haufen Wachen. Da sind überall ein Haufen Wachen. Ich weiß nicht, weil... Wie soll das funktionieren? Ähm, da hat es einen Haufen Leute. Ja, danke, dass du mir ins Gesicht niest. Egitt. Eklig. Oh, da, 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 da. Okay, dankeschön. Das könnte jetzt ziemlich problematisch werden. Na, verdammt. Ich wollte eigentlich da rein. Ähm, ja. Hat sich gut... Hat gut funktioniert. Und jetzt? Na, das noch mal. Kann man sich da nicht irgendwie rein... Ah, genau, so. Das wird eine längere Folge, merke ich schon. Aber... Ah, so. Puh, das war knapp. Ich hab mich schon gefragt, das hat so viele Leute und ich bin trotzdem nicht ver... versteckt. Und wie soll ich jetzt da reinkommen und bemerkt? Äh. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier hoch. Er hat doch was zu vermitteln. Ich kann mir sicher ein schöner, fester Hüte halten. Da ist er! Lajout! Verdammt, das geht nicht. Hä? Wie komm ich da hoch? Ohne entdeckt zu werden. Also der Teil ist auf jeden Fall schon viel, viel schwerer als der erste. Äh... Äh... Döp, döp. Gut, dann mach ich's anders da. Dann versuch ich mal außenrum zu laufen. Ja, ich will ja auch nicht durch. Ich will außenrum. Vielleicht ist ja das der richtige Weg. Zumindest, äh, werde ich hier nicht ganz so leicht entdeckt. Oh! 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 Ich hoffe, dass ihr euch gut amüsiert. Allerdings, eine schöne Ablenkung von der üblen Sache mit der Familie Auditon. Man bedenkt, dass ich Giovanni einst als Bruder sah. Gebt euch keine Schuld. Wie hättet ihr wissen sollen, was ihr plantet? Streichen wir den Namen des Verräters aus den Büchern. Möge die Geschichte vergessen, dass es ihn gab. Ja, das sollten ihr mich bitte entschuldigen würdet. Nicht jetzt? Okay, ähm... Du hättest dasselbe getan, um zu retten, was du liebst. Ja, hätte ich. Und habe ich. Die Auditore sind nicht tot! Ich bin da! Ich! Ezio! Ezio Auditore! Assassinos! Ähm, ja, ich soll aus dem Gebiet fliehen, ganz offensichtlich. Was sich als, äh, schwierig erweisen könnte. Ui, 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 das war knapp. Schnell hier hoch. Okay, das war's dann wohl. Gehen wir mal hier hoch. Da fühle ich mich ein wenig sicherer. Ja, das bin ich. Na gut. Ach, die kann ich jetzt anheuern. Okay. Aber das soll's jetzt mal gewesen sein. Die Folge war jetzt etwas länger. Ähm, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ähm, die Story ist ein bisschen weitergegangen. Wir haben jetzt unseren, äh, den Verräter umgebracht. Und, ähm, ja. Ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Tschüss! Vielen Dank.